Heute ist Tag 6 von Spook Unicorn und es wird richtig gruselig. Ich habe leider immer mit sehr starken Albträumen zu kämpfen. Und in meinen Albträumen sehe ich immer sehr komische Kreaturen, die mich einfach nicht mehr schlafen lassen. Und weil ich diese Kreaturen nicht beschreiben kann, versuche ich sie einfach zu zeichnen. Das letzte Etwas, was ich in meinem Traum gesehen habe, war riesig. Hatte riesige Augen und einen riesigen Mund, der mich anlächelte. Und um ihn herum waren überall Smileys. Ich kann nachts nicht schlafen. Was denkt ihr, ihr wollt mir dieser Traum sagen? Habt ihr sowas schon mal gesehen?